Ich bin nicht eine Sklavin. Du tust, was ich will und wann ich es will. Wie würdest du das nennen, Coco? Erzähl mir, was du in London erlebt hast. Woher? Die Getränke. Danke. Danke, Igor. Du kannst dann gehen. Ja, Herr. Ich muss wissen, was du weißt. Das verstehst du doch sicher. Ich weiß, dass sie alle tot sind. Um Hunter ist es nicht schade. Und auch nicht um sein Team. Das war nicht nötig. Das alles war überhaupt nicht nötig. Aber wie hast du von der Sache erfahren?